grau gelbe blumen so da kommt 1eig wieder auf den server ich verstehe das nicht wir haben die haben auf dort gemacht und dann mit bonnie drauf hat kassi gemacht bis gelbe blumen ausschienen sind gibt mir mal diese dinger die du für die raketenaufstellung brauchst damit ich mir mal anschauen kann wie viel platz ich da frei machen muss es gibt macht irgendwie alles keinen sinn was ich da gerade machen ich komme jetzt sowieso hoch weil ich ja ich glaube nämlich das hat schon wieder können es macht ist ja ich hole gerade das zeug was ich brauche dazu und dann 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 ja okay gut genau ich weiß vollkommen was du meinst ich auch nicht irgendwas die ja ich bin gerade irgendwie neben der spur ja ich auch aber läuft irgendwie muss ja ich muss dann auf jeden fall noch lufttanks genug mitnehmen und eine neue spitzhacke damit ich mehr als genug dash sammeln kann ach du hast jetzt schon vor ein ding ja damit wir uns hier von ender.io die sachen herstellen können um dass wir hier im questbuch weitermachen können wie groß ist das jetzt so 3 6 9 10 11 das ist groß groß muss ich sagen wir fangen mal hier an lassen wir zwei frei zum laufen da muss die kässe hier ein zweck von der treffe damit das gut aussieht schön symmetrisch 1 2 3 da 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 und jetzt macht sich hinten einfach noch mal zwei zwei drei heran und fertig wobei zwei reichen vollkommen aus so jetzt kommt das hier hin jetzt kommt die da truss jetzt der tank stop die braucht auch strom genau hat galactic craft extra noch dings cable strom kabel strom kabel nee hier flüssigkeitskabel äh nur für dieses liquid oxygen aber sonst glaube ich nicht ok dann muss ich das mit den anderen hier versuchen und ich brauche eine stromquelle die sind alle in gebrauch hier ist nix mehr drin dann muss ich mir den stern hier hinten und kassi hast du hier was gegessen die dinger musste wieder aufsammeln die brauchen wir nämlich noch das geht das ja das geht so und so äh f Wieso? Hat der mir das jetzt nicht befüllt? Ich hab das doch drinnen. Hab ich den Felt herum angebaut? Wir haben keine Grass-Seeds, oder, Tyrox? Nee. Ah, shit. Ich muss mal zu den anderen eventuell gehen. Jo, kannst du. Ah, ich glaub, ich hab'n Fehler gemacht. Hm. Ja, hab ich auch scheiße. Ich will den mal angucken. Das? Nee, das ist doch richtig so. So. Wo ist denn dieses, äh, Gras-Feld? Ähm, unten ist bei uns eh'n Block mit Gras. Das reicht schon aus. Achso. Ei! Wie? Ihr Zweller und, ne? Wir spielen wieder unser, unser Neck-Spiel. Hm. Man sieht's. Was, was sie macht, dafür kann ich nichts. Äh, was ihr Bilder macht, das muss ja... Da lacht sie wieder, wie so ne kleine Hexe. Ja. Oh doch, warte mal. Leute, wir, äh, Melve, wir haben gehorcht sie. Oh, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ja, ne, das ist, äh... Hi. Aber, hi. Gras. 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 Aber ich hab' keinen Bauen. Wow. Nein, das sind Gras-Seeds. Du, du brauchst es nicht. Wow. Ja, für die Gras-Blöcke. Ach, der ist schon, ne. Was für Gras-Blöcke? Ja, damit ich, äh... Ja, hier, sitzt dorthin und dann... Ne, warte mal, es gibt eine viel einfache Methode. Warte mal. Wie denn? Wir haben noch diesen komischen... Äh... Ja. Äh... Mensch, jetzt, äh, hier. Jetzt? Oh. Ja, ja, ich verstehe nicht. Wir haben noch diesen komischen Zünde-Dings da. Genau. Kannst du einfach Rind machen. Das ist Rind-Ball an das Zeug. Ja. Ja. Bring mir mal ein bisschen Holz bitte, ja? Holz. Holz. Holz Stämmer am besten. Okay. Gib's mir einfach. Holz. Oh. Tyrox, das hört sich so falsch an, wenn du sagst, gib's mir einfach. Ja, gib's mir einfach, Meryl. Einfach, gib's mir einfach, ja? Genau, so gefällt mir das mir. Oh nein, scheiße. Hab ich doch. Ich bekomme keine Luft mehr. Merlin, stopp. Sooo. Das ist mein Mann. Im Zusammenhang. Klingt das so... Gott. 3... 1... Oh, danke, danke, Meryl. Ja, bitte. Bitte. Sooo. Das und das. Da bin ich mal gespannt, ob das ausreicht. Ne. Nö. Na wenn nicht, kann ich nicht rumflattern. Ähm... 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 1, 2, 3 nehme ich mit zum Mit-her. Äh... 2. Den brauch ich nicht. Ja! Wie endlich der Ahne-Kanister. Oh Gott! Ich hasse es. Silikon, gib mir Silikon! Feil! Oh, nur eine gelbe Blume. Ein Blümchen. Gib mir Silikon! Was haltet ihr von Silikon? Gibt's zu viel. Eif? Äh... Kommt drauf an. Wenn's ein Boobs ist, äh... Gefällt mir das nicht so wirklich. Äh... Ganz deiner Meinung. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. So, auf welchem Planeten krieg ich ein Dash? Mars. Okay. Warte. Ich will mitziehen, ich will gucken. Hey! Hey! Nice! Well, get off. Wieder alle magicianzen. Hallo. Tschüss. Lai! Man winkt halt automatisch. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss, Hey. Tschüss, lass dich nie wieder blicken. Ach, du hast keinen Greifstoff. Oh, jetzt fackt er ab. Wir sehen uns auf der Sonne. Melvin. Ja? Aber es wird nichts. Nein, doch. Das ist zu warm dadurch. Das ist wie ein Krebs. Ist das nicht Gran Canaria? Irgendwann bist du einfach... Weißt du was? Achso, weißt du was? Yay! Das ist dein Ernst? Du hast alles verballert um diese 3-64er-Stacks... Das war nicht alles, das war nicht alles. Was? Was noch? Du bekommst aus einem so einem Teil 16 Stück. Das heißt, ein Stack von allem um 2 Stacks Oxygen. Das ist nicht viel. So, Tyrox. Weißt du was? Wie komm ich denn zurück? Ich bin auf dem Mars und ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Marsianer. Aaaaah! Höhahahaha... Wie würdest du denn rein... Ich hab keinen... Wie... wrech haaaah Ich wollt grad mit nem Tunem Deckel TRINKEN. Hahaha. Läuft. Dit won인데요. Er belonged schon mal passiert. Hier ist ein Ei... Ich brauch Bauenmeer, doch wir haben keins. Na du, hier haben wir was. Bruce Slimeling Egg. Habt ihr noch ein bisschen Bauenmeer? Vielleicht? Ja. Oh nein, ich hab ein Pad gefunden. Okay, Maven, weißt du was das heißt? Nee. Wir müssen die Duster-Ding hier abbauen. Komm. Scheiße, mir fällt grad noch was ein. Was ist die Dinger? Ich hab kein Essen mitgenommen. Toll. Ach, die Haare liefert. Weißt du, Ike? Ja? Ich hab ja gedacht, hey. Ja? Bitte mach's nicht so wie auf dem Skyserver. Das bin ich gleich alles. Naja. Ich hab auch nicht mal Fackeln dabei. Fällt mir grade auf. Du bist echt bestens vorbereitet. Fackeln ist doch nicht so schlimm. Fackeln geht auch. Na doch, ich hör schon die erste Spinne. Ja, das ist doch gut so. Ja, wir kommen nicht Wald abholen. Nein. 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 Melvin lasst einfach. Pssst. 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 Das merk ich mir alles. Er kann uns nicht hören. Er ist auf dem Mars. Ah, okay. Na ja. Nein. Oh, ich hab das erste Dash gefunden. Wartet mal, wolltet ihr nicht auch Dash haben? Nee. Ich muss den abholen. Ich muss den abholen. So, ich hab Essen. Jibbi. Das braucht immer noch Born Meal. Okay. Ich hab ein Dingensbumes gekillt und da kam so ein Keks raus. Wow. Okay. Das mit den Fackeln nervt nur grade. David. Ich brauch Moon Turf. Ich hab acht Dash. Krass. Hier ist noch ein Däsch. Haufen Eisenerz gibt es hier. Ist doch gut. Na ja, nee, nicht unbedingt. Weil... Genau. Moment. Ich... Klopp mich grad mit dem Zombie. Koppererz. Weil wir doch sowieso schon anders Eisen haben. Also warum noch mehr? Bohnenmil. Bitte. Bohnenmil. Scheiße Skal. Ja... Was denn, ey? Ich mache mir immer noch Gedanken wie ich nach Hause komme. bald hoffen einfach keine sorge einfach auf passiert schon die hoffnung stopt zuletzt das problem ist wenn ich sterbe ist das der ist natürlich auch wieder weg ja dann können wir uns eine neue rakete kraft stimmt die rakete ist ja dann auch weg ja gut es sei denn du hast es so gebunden vorher dafür war die quest nämlich eigentlich da die quest im quest bug wenn du die rakete hast du bekommst ja dieses enchanted bug darauf sollte eigentlich soulbinding drauf sein das machst du auf die rakete und dann stirbst wenn du stirbst dann behältst du die rakete nö das liegt bei mir in der kiste ja siehst du aber gut darüber mache ich mir dann später gedanken ich habe blaubeeren bekommen jetzt erst einmal die folge hier beenden